Die Entwicklungen im Medienbereich haben sich so dramatisch beschleunigt, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, für eine Lehrkraft jede technische Entwicklung zu reflektieren. Das Entscheidende für Lehrkräfte ist, dass sie ihre pädagogische Kompetenz mit den Medienentwicklungen an und für sich übereinbringen können, damit sie Begleiter und Gefährten für Selbstlernprozesse von Schülerinnen und Schülern sind.